Im Osten der Burg Chandr begegnen wir einer Geschichte im Grünen, dem Kloster Kizlar. Eine 18-zeilige Inschrift sticht unter den Überresten hervor, die bis heute erhalten sind. Das am Rande der Klippe erbaute Gebäude bietet neue Routen für Natursportler. Es ist möglich, das Kloster über schwierige Wege zu erreichen. Das Kizlar-Kloster vereint das Geheimnis der Natur mit der Tiefe der Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017